Willkommen zurück zu einem weiteren Video von Youtubers Live 1. Ich habe gerade festgestellt, als ich hier ingame Gameplay aufgenommen habe, ja, Mikro und Desktop Audio waren aus, während ich so schön am schnattern war und ja, jetzt sind wir erstmal hier und schneiden schnell das Video, was ich gerade aufgenommen habe und dann geht es direkt weiter. Und Titel, Orange, Lila und Dunkel, Rennen, akzeptieren, hochladen, schlafen. Ey, ich bin müde. Lass mich doch mal kurz hier hingehen. Jetzt ist mir zwar Geld flöten gegangen, aber es geht nicht anders. Ich kann nicht übermüdet da hingehen. Geht einfach nicht. Das Leben ist nicht einfach. Hol dir ein neues Videospiel. Machen wir. Braucht man sowieso. Also erstmal ein Stück Kaffee. 15. März. Ja, das kaufen. Kaufen. Aufgabe abgeschlossen. Yeah. So, jetzt warten wir noch bis es kommt und haben wir das erste... 170 Spielersabonnenten. Aber immerhin 12 Kröten eingenommen. Ein anderer YouTuber hat eine Parodie deines letzten Videos gemacht, lass dich nicht verspotten, tu etwas. Ja, scheiß drauf. Gameplay. Wir haben zwei neue Spiele gekauft. Erstmal das hier. Eine Privio aufnehmen. Hm. Söchen. Zusammenfassung. Nehmen wir das da. Du hast ein verstecktes Item gefunden. So. Zeit bevor das Spiel startet. Machen wir das da. Und ich schalte die Kamera aus. Das da. Das Süchen. Das, 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 das und das. Das da hin. Das dunkle. Das da hin. So. Akzeptieren. Und hochladen. Und dann nehmen wir auch gleich das nächste Preview auf. Von diesem Spiel. Ja. Ja. Okay. Energie. Oh ja. Ähm. Zeit bevor das Spiel startet. Machen wir das da. Ich habe ein Achievement bekommen. Ja. Machen wir das da. Machen wir das da. Spiel Intro. Machen wir das da. Passt zwar nicht, aber egal. Ja. Ich habe Hunger. Ich weiß. Es gibt dann gleich was zu futtern hier. So. So. Und das lassen wir so. Neuer Rekord. Hochlagen. Ähm. Essen. Unbegrenzt. Ah. Okay. Brot habe ich unbegrenzt. Oha. Interessant. Ähm. Wir nehmen einmal das da. Hm. 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 Und wir essen jetzt gleich nochmal ein Sandwich. Hm. Dann hauen wir uns nochmal eine Runde aufs Ohr. Und dann werden wir mal arbeiten gehen. Ähm. Das da. Ja. Oh. Oh. Schön schön. Mhm. Oha. Guckt euch mal die Views und die Abonnenten an. Arbeiten. Sieben Stunden. Ja drauf. Bei mir ist man schon KW. Enttäuscht. Event. Ah ja. Komm. Meine Güte. Ist doch nichts dabei. Das ist meine Geschafft. Läuft. So. Das da. Machen wir das da. Machen wir das da. Machen wir das da. Und. Und zum Abschiedwinkel natürlich. Sychen. Titel, weicher Fokus, Kontrast, Farben zuordnen, Rendern, Akzeptieren, Hochladen. X, Z-Box, ah ja. Die Z-Box kommt raus. Kauft sie euch. So, ähm, aufrüsten. Und noch ist sie nicht da, okay. Gehäuse. Oha. Man gönnt sich ja sonst nix. Ui, 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 ui. Ne, wir machen erst mal Mikrofon. Arbeiten. Das da. Zeig mal an hier oben. Was wählen die jetzt? Äh, gehören wir das Spiel aufnehmen? Ja, mach ich. Komm, gib wieder Geld. So, neuer PC. Neues Mikro. Nice, nice. Ähm. Welches Spiel ist das? Always some 3D. Ja, wir essen aber erst mal was. Ähm, einkaufen? Wir müssen ja die neue X-Box kaufen. Z-Box. Alter, 350. Was? Man, man, man. Gameplay. Ja, mehr Events. Ja, mehr Events. Ist mir grade schnurzpieps, ganz ehrlich. Äh, Aufnahme starten. Weiter. Das da. Ähm, Hauptmenü. Mach mal das da. Du hast eine Kraft Prügel bekommen. Mach mal das da. Zusammenfassung des Spiels. Äh, das da. Und tschüssi, Kotz gewinnt. Ich muss auch mal wieder so'n Pop machen. So, 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 so. Das da. Ähm, das da. Das da. Das da. Rendern. Akzeptieren. Hochladen. Was will denn die schon wieder? Ähm, jetzt gucken wir erstmal hier. Karten. Mhm. 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 Ich kann mir nur eine holen aktuell. Mhm. 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 Und eins. Drei und eins. Drei und eins. MVP. Alles klar. Hier haben wir auch was. Äh, hier. Ja, wir gehen noch ohne Dösen im Bett. Warum kommt die eigentlich immer zu uns ins Zimmer spielen oder an PC gehen? Hat die nix eigenes? Die macht da auch YouTube. Ja, genau. Ja, genau. Was soll denn das? Ja, genau. Ja. Jo, jo. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte die ersten Eindrücke. Äh. Der erste Eindruck zählt also weißt du was du zu tun hast. Hau deinen Abonnenten mit einem guten Anzocker wie dir aus den Socken. Da muss ich mir erstmal wieder ins Kofen. Wir haben den 25. März. Akzeptieren. Ich habe jetzt ein schlechtes Spiel geholt. Ich hoffe, das kommt noch in Mode. Komm. Nummer 1. Nummer... Nein! Nummer 2. Äh. Ja. Ich komm. Wir nehmen die da. Und Schuhe nehmen wir die da. Zum Event gehen. Ich habe einen geschenksten Hunger hier. Na dann. Gucken wir mal was das Event breithält. Ähm. Wir machen erstmal ein Pip. Wow. Ähm. 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 Alles klar. Äh. 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 Wart jetzt der Dully zum Schnattern. Äh. Schnattern. Äh. So. Hm. Auf ptır. Hä. whoah. Wie! Warum lacht er? 괜ons drauf tanzen. Ok. Hallo, mein Computer ist kaputt. Ja, komm, Scheißdorf. Und die ist wieder mit dabei. Was soll denn das? Gibt es da noch einen zum Quatschen? Ja, hier hinten. Ja, mach mal. Oh. Hallo, ich will Karten. Nein? Okay. Aber das haben wir doch schon gemacht. Egal. Söchen. Schluck Kami muss immer sein. Errungenschaft freigeschalten. Kino heute Nacht. Was gucken die denn für einen Film? Mannfrau. Mannfrau. Küsst sie nicht. Küsst sie nicht. Das ist dein Untergang. Nicht machen. Wenn du mit der zusammenkommst, du wirst pleite. Du hast kein Geld mehr. Hör auf. Nein. Geh weg von ihr. Geh weg. Stopp. Hör auf, mit ihr zu flücken. Oh nein. Totenstille. Ähm. Ähm. Der kommt dir immer näher. Äh, äh. Hör auf. Hör auf. Hm, hm. Hör auf. Hör auf. Hör auf, den zu bezotzen. Müsst du. Die kleben gleich aufeinander. Der ist ja schon wieder näher gekommen. Hör auf, das ist dein Untergang. So, Spiel 1, irgendwas mit 4, und einmal das, ok, ähm, Essen, in der Zwischenzeit gucken wir mal nach Karten, ähm, Akzeptieren, und dann, Gaming Video, einmal das, ja, ähm, Aufnahme starten, ach, ich geh wieder an meine Konsole, nice, nice, so, ich hätte jetzt was Lilanes gebraucht, scheiße, eine Zusammenfassung des Spiels, ach komm, scheiß drauf, von lila zu grün, hätten wir das hier, äh, du hast ein verstecktes Item gefunden, ne, ne, mal das da, egal, ähm, Spiel Intro, wir machen mal das hier, Oha, okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay Diese Musik im Hintergrund, geil, ähm, 1, 2, 3, ich hab die so aufgenommen, also wird das auch so gemacht, Titel, weicher Fokus, Kontrast, das da, und das da, akzeptieren, hochladen, und wir nehmen gleich noch das andere auf, denn, Geld ist Geld, das da, starten, weiter, ab Waren die Konsole, so, ähm, Zeiten, vor dem Spiel gestartet, machen wir das da, ich hab ein Easter Egg gefunden, so, ähm, machen wir das da, ein Archivement, machen wir einmal Enttäuschung, und das da, wie immer, geht nicht, okay, dann machen wir das, ja, ich werd gleich schlafen und essen, meine Güte, krieg dich mal ein, jetzt ist die Frage, ich müsste das nämlich eigentlich hier hin machen, wegen diesen Farben, ne, aber das, weil das hier abschließt, ich verstehe das manchmal noch nicht so richtig, ja, ich muss unbedingt Essen kaufen, ich muss unbedingt mal ganz kurz ein Brot reinpfeifen hier, und gleich noch eins, und noch eins, und dann kaufen wir mal eine Runde Essen ein, ey, hä, ich hab das doch gemacht, was soll denn das? Hä, ich hab doch, nee, so, Leute, ich möchte heute Abend gerne ins Kino einladen, ja, wir gehen heute Abend ins Kino, meine Güte, na dann mal los, kann ich dann Pip machen, oder Pop, oder Plap, oder wieder Taste, das ist aber kein Kino, oder? Wo ist die Person hin, mit der ich reden konnte? Hä, wer weiß, ja, ich bin noch nicht so bekannt, bla bla bla, wer wollt ihr mir das noch unter die Nase reiben? Ähm, äh, so, aber, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus, lasst Kommentare da, und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video, bis dann, bleibt entspannt, genieße Tag, und bye, bye!